Der Komponist Helmut Lachemann schreibt hierzu, Aus dem Instrument wird ein Gerät, ein charakteristisch manipulierter Filter für den charakteristisch gesteuerten Atem. Die getrennte Abwandlung von Griffe, Ansatz und Artikulation des Luftdrucks bleibt so als polyphone Mehrschichtigkeit sprühbar. Wenn man zum ersten Mal das Stück übt, kann man leicht hyperventilieren, beim ständigen Ein- und Ausatmen ohne Töne zu erzeugen. Man muss auch die Ohren öffnen, damit man diese Geräusche als Klang wahrnehmen kann, aber in all diesen Geräuschen versteckt sich immer wieder mal eine lyrische oder sogar kitschige Stelle. Es ist nun schon so alt, aber trotzdem ein super neu gebliebenes Stück. Ich wünsche Ihnen viel Spaß! 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 Ich wünsche gerne U学 something! Ich wünsche mir viel Spaß! Ich wünsche mir viel Spaß! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.